Und die Hand aufs Knie. Und bitte, wir laufen schon, oder? Du bist immer noch so warm. Ja, ich bin halt schwitzig. Du bist halt warm. Ich bin halt warm. Heiß. So, euch ist es ja bestimmt aufgefallen, der Mann hier in der Mitte, dieser extrem gutaussehende junge Mann. Zwischen uns noch, oder wie? Genau, dieser unsichtbare, gutaussehende junge Mann. Den habt ihr die vergangenen, Ruhe jetzt mal, den habt ihr die vergangenen Wochen hier auf High Five so gut wie gar nicht mehr gesehen. Und das hat auch einen bestimmten Grund, der Fabian war nämlich zunächst im Urlaub ein paar Wochen und half dann den Jungs in der Gamester-Redaktion. Heute ist er nochmal da, um sich von uns und natürlich auch von euch zu verabschieden. Ja, ich meine, das ist ja das Schlimme bei diesen YouTube-Videos. Man kann ja nicht, überraschen kann man ja keinen, weil ja jeder die Videobeschreibung oder zumindest den Titel schon gelesen hat. Aber es ist tatsächlich so, so schwer es mir auch fällt, gerade mit euch beiden hier. Ich stelle mich neuen Herausforderungen, wie man das so schön so oft sagt. Ja, fällt mir nicht leicht, fällt uns allen nicht leicht. Das ist auch der zweite Anlauf, oder ich glaube jetzt ist es dann auch schon der dritte, dieses Videos. Denn das ist schon eine emotionale Angelegenheit für uns alle. Denn wir arbeiten schon sehr lange zusammen und diese High Five war natürlich auch und ist immer noch unser Baby, was wir von der ersten Sekunde an eben begleitet haben. Aber das ist halt so, ich bin jetzt auch schon, das darf man nicht vergessen, seit neun Jahren bei IDG und bei Gamestar und dann irgendwann kommt halt mal der Punkt, dass ich will auch ein bisschen mal wieder was Neues machen, gucken, was es da draußen noch so gibt. Und dann stelle ich mich jetzt eben einer neuen Aufgabe. Also kann und will an der Stelle noch nicht so ganz verraten, was, aber YouTube wird mich nicht verlieren und ihr werdet mich hoffentlich auch nicht verlieren. Ich werde euch hoffentlich nicht verlieren. Ihr könnt mir ja natürlich im Internet unter den einschlägigen Seiten folgen, was ich da so mache. Aber ich werde natürlich auch weiterhin im Geiste immer noch bei High Five sein. Ich werde auch immer noch weiterhin reinschauen und vielleicht bin ich das eine oder andere auch mal auch wirklich mit dabei. Hallo Noah! Hallo Noah! Ja, heute ist mein letzter Tag und deshalb ist auch mein knapp vierjähriger mal mitgekommen und jetzt ist gerade das Video ausgelaufen. Aber er bleibt da hinten noch ein bisschen ruhig sitzen. Weil nochmal mache ich das Video nicht. Aber so haben wir wenigstens auch mal einen Lacher gehabt. Das war in den letzten Anläufen nicht so. Das tut ja gut. Aber zum Stichwort letzte Anläufe kann man ja noch sagen, dass wir beide es zumindest oder wir drei es zumindest geschafft haben, so auf die letzten Meter, bevor du dann gehst, endlich noch eine Idee, ein Konzept zu verwirklichen, an dem wir jetzt irgendwie seit sechs Jahren rumgeschraubt haben, zu dem es nie kam. Echt jetzt, unser neues Samstagsformat. Also da sieht man dich ja auch noch, da sieht man uns auch noch alle zusammen und bin mir sicher, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Ich meine, wir sind natürlich super traurig, dass du gehst, das weißt du auch. War eine hammergeile Zeit und wir sehen uns sowieso. Du weißt, ihr magt ihr. Ihr magt ihr ja. Ihr magt ihr ja und dafür kriegst du auch fünf Euro später. Dafür mag ich die an. Schön. Und vielleicht kann man hier das Kind doch wirklich nochmal beim Namen nennen und sagen, dass wir nicht im Streit auseinander gehen. Ja, nee, natürlich nicht. Weil da wird ja immer schnell viel reininterpretiert bei so Videos und heißt, die mögen sie nicht mehr. Dem ist nicht so. Nee, nee, aber es gibt dann halt manchmal so Angebote und dann denkt man, schwierig, schwierig und dann, oh, ich hab jetzt mal gemacht. Vielleicht sitze ich auch mal da und weine mir die Augen aus. Jemand, der überhaupt nicht weint, der freut sich wie Schnitzel, das ist der Michi Obermeier. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder von euch zu hören gekriegt, Mensch, hol doch mal den Michi in Sub5-Team. So, und wenn jetzt der Fabian schon die Düse macht, dann dachten wir uns, ja gut, dann machen wir das halt. Michi, kommst du mal? Ja, komm nicht. Ich glaube, man muss sich holen. Ich hol den mal. Noch mal, der ist ein bisschen schüchtern, immer vor der Kamera. Hallo, Michi, hallo, wie geht's dir? Oh, der wäre fast weg gewesen. Oh, ey, gerade noch so knapp so. Das macht Spaß, gell? Das macht Spaß. Nico, warum hat der sich wieder losgerissen? Was ist denn los? Den muss man an die Leine nehmen. Ja, ihr kennt ja alle Let's Watch, das ist ja ein Format von uns gewesen. Es bekommt ein ganz neues Gesicht und zwar dieses hier, dem von Michael Obermeier. Und da geht es dann im Zwei-Wochen-Rhythmus um Serien und Filme. Und da hast du richtig Bock drauf, gell? Da hast du richtig Bock drauf, gell? Jawohl. Das neue Gesicht, so neu ist er ja auch gar nicht. Ich habe ihn vor vielen Jahren, ich behaupte ja von mir, dass ich Michi Obermeier entdeckt habe. Im wahrsten Sinne des Wortes beim Tag der offenen Tür bei GameStar, da saß er da. Und ich kannte ihn sofort, weil er ein brillantes Blog damals geschrieben hat. Und da habe ich ihn sofort verhaftet. Hier, mach mal Praktikum und dann sofort hier, mach mal Trainee und dann so hier, mach mal, bleib mal da. Und jetzt ist es mir ein persönliches, besonderes Vergnügen, dass er hier sitzt. Und ich finde es auch so super, dass er sich da auch so drauf freut. Ich finde das auch toll. Du freust dich doch richtig gut drauf. Komm jetzt, du kannst auch mal was sagen. Ja! Ah, na also. Denn wir werden den Michi dann im Zweifel auch öfter mal jetzt bei Come On sehen und bei Endlich Montag. Und das wird alles ziemlich spitzenklasse. So. Und jetzt... Der Bart ist ja ganz schön dünn geworden. Ist der Bart dünn? Ja. Und es wird Zeit, sich zu verabschieden. Ja. Aber wisst ihr was? Ich las meine Figürchen hier. Das ist lieb von dir. Dann nimm du aber meine Figürchen mit. Das steht schon auf meinem neuen Schreibtisch. Gut. Kommen Sie ran. Jawohl. Ich mag die. Ich mag die ja. Danke für alles, geiler Typ. Ach, du bist ein geiler Typ. Ja, ja, komm hier. Gut, Max, jetzt steh auf. Bleibt doch euch sitzen. Ich komme auf. Immer bei euch alle. Er spricht, er spricht. Der hat eine Rolle Kleingeld in der Hose. Ich bin raus. So, jetzt darfst du auch gehen. Jetzt kommen. Was gibt's da nicht? Schneller, schneller. Schön. Schneller. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein. Nein.